Der 67-jährige Martin K. ging mit seinem Hund spazieren und blieb dabei in einem Sumpf stecken. Er wurde vermisst gemeldet und ein Polizeihubschrauber mit einer Wärmebildkamera hat ihn schließlich gefunden. Auf ihrem Video konnten die Retter sehen, dass der Labrador treu neben seinem Besitzer ausharrte. Ganze sieben Stunden lang wich er seinem Herrchen nicht von der Seite. Wieder einmal ein Beweis dafür, dass der Hund der beste Freund des Menschen ist.